Hallo Leute und willkommen zurück zu Mario Kart Wii Online, 8 Spieler im Raum und es ist der gleiche Raum wie im letzten Part, aber es sind zwischenzeitlich eben noch 2-3 Leute dazu gekommen, dass der Raum doch jetzt ganz cool ist. Also es gibt immer noch 2-3 mit recht wenig Punkten, aber auch mittlerweile 4-5, die dann doch hohe 9000er sind teilweise. Ist auf jeden Fall ganz interessant gewesen, auch die letzten Rennen waren immer ziemlich, ziemlich eng am Ende und ne, da dachte ich mir, lohnt sich vielleicht noch ein Part hier in dem Raum aufzunehmen. Ich habe nicht viel Minus gemacht, aber auch nicht viel Plus, also ich bin ziemlich konstant geblieben, weil ich immer im Mittelfeld gelandet bin, also dürfte sich auch an der Punktzahl nicht allzu viel getan haben, aber wenn ich hier gewinnen sollte mal ein Rennen, dann können wir hier auf jeden Fall gut Plus machen in dem Raum. Falls ich verlieren sollte, aber auch gut Minus, also ne, kommt auch so ein bisschen auf die Platzierung der anderen drauf an. Das ist nicht schlecht, die Bombe an der Stelle. Hat aber keinen getroffen, okay, das ist interessant. Ich dachte, damit erwische ich locker 2, weil in der Kurve, alter, schon zum zweiten Mal, dass ich hier nach dieser Kurve so erwischt werde. Ey, 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 die Grüne, hätte die mich jetzt noch getroffen, ey. Komm, ich hoffe mal drauf, dass er Blitz hat und ihn bald einsetzt, weil er sonst sowieso nicht mehr nach vorne kommt. Ah, ich überlege... Wann soll ich den Stern einsetzen? An der offensichtlichen Stelle? Ich meine, der letzte fährt recht langsam gerade und nimmt auch die Kurve außen, der wird den Blitz vielleicht schon haben und dann jetzt einsetzen. Ja, sehr schön. Und wir haben noch ein Goldschwurm im Petto, also eigentlich sollte das jetzt ein relativ safer Win sein. Ah, okay. Ist in Ordnung. Oh Gott! Holy shit! Wie knapp war das bitte mit der Explosion? Ich bin extra richtig weit links gefahren, aber ich glaube, Daisy hat in der letzten Sekunde, also als sie gesehen hat, dass die blaue kam, auch noch einen starken Linksschwenker gemacht, weil ich bin gerade so durch die Explosion noch geschwurmt. Also wäre mein Goldpilz da ausgelaufen, wäre ich definitiv noch von der Explosion erfasst worden, aber da seht ihr das für den Main. Wenn ich erster werde, bekomme ich hier mächtig Pluspunkte und deswegen dachte ich mir, nehme ich noch ein Part in dem Raum hier auf und wenn es so weitergeht, bereue ich die Entscheidung nicht. Und elf Spiele hört sich sehr, sehr gut an. Nice! Ich muss sagen, dass ich eigentlich hier vor so ein bisschen am Strugglen war, ob ich heute überhaupt irgendwas aufnehmen sollte. Und wie gesagt, das hier ist jetzt quasi der zweite Part in Folge, den ich aufnehme. Einfach, ja, weil ich nicht sonderlich viel Gesprächsstoff hatte. Okay, einer fährt irgendwie ins Nichts. Interessant. Ja, ich hatte eben nicht sonderlich viel Gesprächsstoff und mir dann überlegt, ob ich überhaupt aufnehmen soll. Habe mich dann doch dafür entschieden und ich bereue es nicht, wie man merkt. Weil das Spiel gibt halt einfach echt genug her, um so zu unterhalten. Das ist das Schöne daran. Ich glaube, wäre das nicht so, hätte ich auch noch, also hätte ich auch nicht die 200 Plus Parts und nochmal 100 Custom Track Parts gemacht, sondern das irgendwann aufgegeben. Aber, ja, das Spiel ist einfach immer wieder interessant und für was Neues gut. Und das ist die Hauptsache. Ah, jetzt habe ich keinen... Okay, das war sehr, sehr riskant, weil ich keinen Schutz hatte. Hätte der hinter mir jetzt eine rote gehabt an der Stelle, wäre das gemein gewesen. Und bitte keine blaue mehr, dann ist das hier ein gutes Rennen gewesen. Oh, er ist halt direkt in mir die ganze Zeit gewesen. Dior auf jeden Fall starke Konkurrenz gewesen, das Rennen. Aber insofern wir keinen Lag-Start hatten, sollte das auch der erste wieder gewesen sein. Ja, Geistertal ist halt eine recht glückliche Strecke, wenn kein Blitz und keine blaue kommt, wenn man auf eins startet. Weil es halt nicht viel gibt, wo man großartig Fehler machen kann. Und natürlich bin ich Zweiter geworden. Na gut, ich gönne es ihm. Beide Plus 72 ist okay für mich. Aber auf meinem Bildschirm war ich vorne, das möchte ich an der Stelle nur gesagt haben. Aber er ist auch in nichts reingefahren von meinem Backspam. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht gewesen von ihm. Es könnte natürlich aber auch so gewesen sein, dass er bei sich auf dem Bildschirm die ganze Zeit auf eins war und gar nicht in meinen Backspam fahren konnte. Ach man. Na ja, das sind halt die kleinen Lags. Die kleinen, aber feinen Lags. Diesmal hatten wir den gleichen Start, aber alle anderen sind irgendwie weiter hinten gelandet. Hey, hey, hey. Ramme ich hier mal bitte nicht so weg. Und der Snipe von hinten war not bad. Also ich sag mal so, wir sind ineinander gefahren und wären beide fast getroffen worden davon. Okay. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, auf Pilzschlucht auf eins langzufahren. Vermutlich werden wir sowieso gleich überholt von welchen, die hier Shotcut ziehen. Also hier hat es definitiv auch einige in dem Raum, die den Gapjump in letzter Minute noch ziehen könnten. So vom reinen Skill-Level her würde ich es behaupten. Oh, da hat denn einer gefailt gerade. Ich habe nichts gesagt. Oder ist da nur so aus, weil er gelaggt hat auf der Karte. Aber ich glaube, da hat jemand gefailt. Ach schade, ich dachte, vielleicht bekomme ich ihn mit der zweiten Fake dann noch. Weil er der Banane ausweicht und sich dann denkt, ha, ausgeglichen. Und dann kommt die doppelte Ladung. Oh, der Blitz war gut. Genau vor dem Boost-Streifen zum einen und zum anderen nicht über den Pilzen. Weil das wäre gemein gewesen. Und das Feld ist gerade... Oh nein. Schaffe ich es auf den Pilz? Nein. Kacke. Oh, das könnte sein, dass ich hinten noch gerespawnt werde. Ja. Ah, das ist richtig bitter. Das war die schlechteste Position, wo ich hätte geblut werden können. Wäre ich hier geblut worden, also runter geblut worden, dann wären wir nämlich auch vor der Schlucht wieder gespawnt worden. Und dann wäre das gar nicht so schlimm gewesen, zumal der Blitz mich sowieso noch klein gemacht hatte. Aber so war es jetzt richtig, richtig übel. Ja, und jetzt sind wir schon... Also, das ist krass. Ich meine, das Feld war so aufgesplittet und wir waren ganz vorne. Und jetzt bin ich fast ganz hinten bei dem aufgesplitteten Feld. Und die ersten sind außer Reichweite, das ist echt gemein gewesen. Keinen hat der Pau-Block getroffen, kann das sein. Waren die alle in der Luft in der Sekunde, das ist aber auch unlucky. Naja. Ach. Wo wir schon bei unlucky sind, ne? Der Blooper war jetzt auch nicht so die Welt. Da vorne hatte jemand Gapjump gezogen, schade, dass er den geschafft hat. Weil sonst hätte ich noch einen Platz gut gemacht, aber ja, da machst du nix. Und das war unlucky. Ja, von den Items her war das wirklich unlucky. Also, ich gebe mir die Schuld bei dem Rennen hier nicht tatsächlich. Minus 60, ja gut. Vorhin haben wir plus 72 gemacht, das ist in Ordnung. Und hier, WeWheel, alle, die mit WeWheel fahren, landen hinten. Geil. Und die haben auch irgendwie komischerweise die wenigsten Punkte. Hm, woran könnte das nur liegen? Vielleicht, weil man mit der Steuerungsmethode nicht ganz so zuverlässig steuern kann, wie man sich mit einem Controller beispielsweise. Könnte sein. Aber, ich meine, ich bin ja zumindest schon in gewisser Weise ein Beispiel dafür, dass man auch einigermaßen fahren kann, zumindest mit WeWheel. Wobei ich mich jetzt auch nicht als den besten Spieler natürlich darstellen würde. Ähm, naja. Ich kann auch mit Nunchuck fahren tatsächlich einigermaßen. Ich habe das nur extrem selten gemacht. Aber es gibt, glaube ich, auch einen Part. Ja, doch, es gibt auf jeden Fall einen Part, der Nunchuck Special heißt. Ich glaube, das habe ich sogar in Caps geschrieben damals, was ich sonst nie mache. Und da bin ich mit Nunchuck gefahren, einen Part lang. Und ich weiß nicht mehr, wie es da lief, aber da hat man auf jeden Fall gesehen, dass ich das theoretisch auch einigermaßen kann. Weil damit zu fahren tatsächlich ziemlich einfach ist, finde ich. Ich weiß nicht, wie es ist mit GCN-Controller oder Classic-Controller. Das habe ich beides nicht und dementsprechend auch noch nie damit gespielt. Könnte mir vorstellen, dass das aber die besten Steuerungsmöglichkeiten sind, wenn man dann längerfristig spielt und das damit auch immer übt. Naja. Gebe aber aus der Fassung 3. Ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Kann man machen. 100 CCN ist ein bisschen kritisch, weil der SC da schon ein Stückchen schwieriger ist, würde ich behaupten. Ich glaube aber, vor zwei, drei Parts habe ich den auch auf 100 gezogen und es gerade eben drüber geschafft. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran. Es kann aber auch sein, dass das 150 war und ich einfach nur schlecht war und das Weg fast nicht geschafft hätte. Man weiß es nicht. Okay, der Maxi ist weit genug entfernt, dass der mich nicht erreichen sollte. Wir haben einen Pils, ja. Ich könnte versuchen, den Frontrun rauszuhauen, insofern der SC nicht geblockt wird. Und der wird nicht geblockt. Okay, das ist interessant. Dann versuchen wir es doch und wir schaffen es auch. Ich stand eigentlich nicht optimal, also zumindest nicht so, wie ich sonst immer da stehe, aber es hat funktioniert. Krass. Ich bin gerade von mir selbst etwas überrascht, muss ich sagen. Eine blaue und wir sind wieder eingeholt von dem Pack hinten dran, aber... Ne? Ich konnte sagen, dass ich geskillt gefahren bin. Vielleicht schaffen wir es ja, den einen oder anderen hier zu backspermen noch. Weil die Kurven hier kann man ja wirklich nicht sonderlich gut einsehen. Okay, der Blitz ist in Ordnung. Finde ich gar nicht so schlecht, insofern jetzt nicht jemand im vorderen Mittelfeld gedodged hat, weil... Also so durch den Blitz wird halt Fahrt rausgenommen und die anderen können nicht so krass aufholen. Also klar, ein bisschen holen sie auf, weil sie nicht so lange klein sind wie ich. Aber ich kann halt in der Zeit auch nicht viele Fehler machen, das ist so ein bisschen der Vorteil davon. Und ich hoffe, dass das Mikro nicht irgendwelche Boop-Boop-Boop-Geräusche macht oder so, weil ich mit dem We-Wheel hier rumschüttel und das richtig am rumbouncen ist. Ja, zwei haben den SC gezogen. Mist, ich habe vergessen, den zuzulegen. Das hätte ich mal machen müssen. Ja, und jetzt ist der mit drei Grünen vor mir. Das ist eklig. Okay, da war es schon nur noch eine. Ah, ich sehe auch, wieso. Oh nein. Nein, nein, nein. Das ist gemein. Das ist doch... Das hätte nicht sein müssen. Okay, vielleicht... Okay, Bombe war schlecht geworfen. Ach, die Grüne wäre mir auch egal gewesen, deswegen wollte ich gar nicht erst ausweichen. Ach Mann. Hätte ich mit... Also, ja, hätte ich die Bombe gerade geworfen, hätte ich treffen können und ihm dann die Bombe zurückgeben... Äh, die Wolke zurückgeben können. Das wäre richtig epic geworden. Aber sollte nicht sein. Oh nein, nein, nein. Ach, komm. Also, gefühlt war ich auch schon im Item. Das hätte man mir auch gerne gönnen können. Gönnen können. Och, was nimmst du denn das außen, ey? Oh. Okay, Goldschwimmen. Sollen wir Risky... Risky gehen? Ich würde fast sagen, ja. Und das war ein Fehler. Nist. Ah. Jetzt habe ich es mir ja selbst verkackt. Schwimmen ist, werde ich ihn aber auf 100, glaube ich, nicht probieren. Nee. Ah, wobei, da sind noch so drei, vier, die wir vielleicht einholen könnten. Die sind ganz eng beisammen. Vielleicht zieht die Daisy noch einen Blitz. Das wäre doch mal was. Dann schock mich bitte. Ich meine, er hat keine andere Möglichkeit, als den Blitz einzusetzen, wenn er ihn bekommt. Komm schon. Blitz. Ah, die Rosalina wird nicht schnell genug hinkommen. Aber, wir haben immerhin noch ein paar bekommen. Ja, jetzt wäre er erst gekommen. Das dachte ich mir schon. Rosalina, wärst du mal ein bisschen schneller gefahren, dann wäre das auch nicht so knapp gewesen. Aber jemanden anderen eingeholt hätte ich, glaube ich, trotzdem nicht mehr. Na, und so geht es langsam dahin wieder mit den Punkten. Wir müssen wieder an die Spitze. Ich hatte wirklich jetzt einige Rennen so im Mittelfeld, dann wieder welche vorne und jetzt wieder welche im hinteren Mittelfeld. Das finde ich immer schwierig, bei so vollen Räumen dann wieder aus diesem Mittelfeldgedöns rauszukommen. Auch wenn es theoretisch ja nur beim Rennstart was ausmacht in den meisten Strecken, aber trotzdem gefühlt ist es echt schwierig, dann wieder nach ganz vorne zu kommen. Ach ja, ein großes Dankeschön an der Stelle auch mal an alle, die sich immer die Werbung anschauen, beziehungsweise die dann skippen. Das ist natürlich kein Problem, aber sie generell irgendwie durchlaufen lassen oder ähnliches. Denn ich habe mittlerweile tatsächlich sogar die erste Auszahlung von Google bekommen. Heißt, der eine oder andere, der findig ist und Bescheid weiß, weiß, dass das einem Wert von 70 Euro entspricht, bis man das ausgezahlt bekommt. Und das habe ich eben durch Werbeeinnahmen zusammenbekommen. Deswegen vielen Dank an alle, die da mal ein bisschen was geguckt haben. Ihr habt mir dann, oh Gott, das war, uiuiuiuiuiui, knapper geht nicht. Ihr habt mir sicherlich dann 1, 2 Cent spendiert über den gewissen Zeitraum hinweg. Und da kann man mal Danke sagen, auch wenn es natürlich nicht die Welt ist, aber passt schon. Wobei man sagen muss, dass von diesen 70 Euro durch Werbeeinnahmen so knapp 20% vielleicht von Abonnenten sind auch tatsächlich. Ich kann ja immer sehen, wie viele Views von Abonnenten kommen und wie viele von externen Leuten. Und das sind wie gesagt so zwischen 15 und 20% meistens. Weil ich eben recht viel auf so ganz alte Videos noch bekomme, wie zum Beispiel, also how to unlock all characters in Mario Kart Wii. Damit habe ich bestimmt von den 70,20 Euro gemacht. Weil das halt stetig irgendwie jeden Monat noch 1000 Aufrufe dazu bekommt oder so. Das ist halt echt ganz nett. Also da hätte ich vor 7,8 Jahren, als ich das Video aufgenommen hatte, nicht damit gerechnet, dass ich damit mal irgendwie was an Geld verdiene. Ach man, das ist schon ganz lustig. Aber sonst, also für die aktuellen Videos lohnt es sich halt nicht so krass. Aber nö, so langsam kommt halt immer mal wieder ein bisschen was zustande. Vielleicht interessiert den einen oder anderen was. Also ich, früher hieß es immer irgendwie so, man dürfte das nicht sagen, wie viel man damit verdient oder so. Aber ganz ehrlich, das können jeder irgendwie auf Seiten wie Social Blade oder ähnlich nachschauen. Auch wenn die Werte da bestimmt nicht unbedingt kennen, äh, stimmen. Weil die da immer nur so, ja, Intervalle angeben, wie das ungefähr ist. Aber nö, ich kann euch sagen, so ein Video wie, oh man, das ist doch so unlucky. So ein Video wie das hier gibt mir jetzt zwischen 1 und 15 Cent ungefähr. Ach ja. Jetzt sind wir schon wieder hier im Mittelfeld, ne? Aber gut, wir haben noch Chancen auf Platz 2 tatsächlich, wenn das hier gut läuft. Dafür halten wir erstmal die Rosalina weg, dass die abgesplittet hinten in dem Mittelfeld landet und da geowned wird. Und dann versuchen wir hier den einen oder anderen noch wegzumachen. Ja, vielleicht trifft der vorne dran ja noch den dritten, dann, äh, den zweiten. Dann wäre ich damit zufrieden, aber ich glaube, da tut sich nichts mehr jetzt auf den letzten Metern. Außer die failen das. Das könnte natürlich sein, dass jemand runterfällt. Ne, er ist nur gegen die Wand gefahren. Oh, ah, schade. Hat nicht ganz gereicht. Vielleicht hätte ich den Pilz irgendwie besser einsetzen können. Dann hätte das das Zünglein an der Waage sein können, aber, naja, vierter sollte auch wieder Plus geben. Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler noch drin sind. Hier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zehn. Dann sollte das Plus geben. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein Rennen zum Abschluss, indem wir nochmal versuchen, richtig tryhard-mäßig auf eins zu kommen. Wobei das in dem Raum hier echt schwierig ist, muss ich sagen. Ja, prinzipiell hätte hier jetzt noch ein Rennen kommen sollen, aber leider ist die Aufnahme abgeschmiert im letzten Rennen, das ich aufnehmen wollte. Und deswegen kann ich euch das leider nicht mehr zeigen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Bis dann und tschüss.